Ich hab Bock auf ein Erdbeben, also kein Schimpf, aber nur das mal ein bisschen... Ja, ich auch gerne mal. Es geht einfach nicht, es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich, die Beine auf den Tisch zu bekommen. Weil halt auch hier direkt die Wand ist so... Das hat der Lehrer angemacht. Die Lehrer haben einfach das angemacht. Leckeres Essen, das ist tot und übrigens ist nicht lecker. Und Max, unser DJ. Na los Max! Wir sehen uns beim Rösten. Für mich ist es so schön, Rölar, denn ich nehme an den Sie. Jangan Blöken! Bis zum nächsten Mal. 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 Jorik opfert sich. Bis zum nächsten Mal. Es hat ein bisschen nach Reistee geschmeckt. Nicht Reistee, Eistee. Es ist eine Sprachstörung, die wir dokumentieren. Okay, Salon in der Nähe sieht es auch aus. Sorry. Ich versuch's. Es geht nicht. Es geht eigentlich nach Bekalien und irgendwelchen verschimmelten Dingen. Aber wenn man hier was ist, ist man safe krank. Das fragt ihr. Ich will nicht. Ich will gar nicht wissen, was in den Fässern drin ist. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht, aber ich glaub ich's nicht geschafft. Was ist da drin. Was ist da drin? Was ist da drin? Warte, 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 warte. Ich muss grad durchatmen. Erzähl, was ist drin. Alles. Alles. Oh, ey, der... 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 Muss gleich kotzen, ne? Ich hab grad da einfach mich umgedreht. Und der kippt das da so mit den Händen raus und... Nein. Nein. Doch, hat sich seine Hand genommen, wenn er so ausgemacht hat. Nein. Oh, hab die gesehen, wie der uns so ausgeschaufelt hat? Nein. Oh, ho, ho, ho. Was ist das denn? Es riecht nach starkem Trauerweh. Das Oktopus. Du hast einfach alles immer nur mit einem Löffel geschmissen, ne? Ja. Ja. Ich probier das jetzt, ja. Cool. Wenn ihr davon einen kleinen Eindruck sehen wollt, dann seht ihr den genau jetzt. Ja. 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 Ja, ich kann Chinesisch, wie gesagt. Bastelt Rollerfahrer. Hier bastelt Rollerfahrer. Von einem Polizeiroller angehalten. Der Fahrradfahrer davor. Er hört irgendwas aus seinem Ding raus, aus dem Roller. Aus seinem Sitz hat er das geholt. Das ist so leckerlich, ne? Woher fällt denn das Geschäft rein? Ja. Hör mal, wie vorigem ist. Der Polizei war da los. Ja, ja. Stop. Hör mal. Chor. Mehr Ehem.